Dieses staubgeschützte Hebesystem setzt in Container verbaute hochwertige Einrichtungen schnell und exakt nivelliert ab. Die Hubstützen sind bereits am Container montiert und werden durch Ausschwenken in Arbeitsstellung gebracht. Die Antriebsenergie, 24 Volt Gleichstrom, liefert das Fahrzeug. Übliche Netzspannungen sind ebenfalls möglich. Die Kabelverbindungen können auch innerhalb des Containers fest verlegt sein. Sie bedienen das Hebesystem mit der Handsteuerung. Dabei beobachten Sie den Absetzvorgang von allen Seiten. Der vollwertige Handantrieb kann im Fall der Energieunterbrechung durch einfaches Umlegen eines Hebels gewählt werden. Die integrierte Neigungsregelung ermöglicht ein paralleles Abheben des Containers vom Fahrzeug. Nachdem das Fahrzeug herausgefahren ist, kann der Container innerhalb von vier Minuten im bodennahen Bereich nivelliert abgestellt werden. Der große Abstand der Stützen zum Container erleichtert auch weniger geübten Fahrern das Unterfahren des Fahrzeuges. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mobile Systeme verleihen ihrer mobilen Welt einen sicheren Stand. 2 B solder 2 4 4 3 4 4 6 7